Hallo, was geht meine Leute, meine Freunde, meine Leute, meine Leute, meine Leute, also danke, dass ihr eingeschaltet habt bei AlsariTV, AlsariTV, okay, und dafür, dass ich so lange keine Videos mehr gedreht habe, mache ich ein Sneaker Pack auf Link XXL und, also da fangen wir mal an, mit dem ersten Schuh, den ich beginnen wollte, ist der Jordan Eclipse, Elip, El Clips oder so, keine Ahnung, das ist der hier, in weiß auf jeden Fall richtig reist, kann man sich kennen, den habe ich ein paar Mal angezogen auch, also dieser Jordan, ist einer der Dings Jordans, mit der Farbe weiß, ne, der ist einfach mit der Farbe weiß und danach ist hier noch dieser Stoff so, so, da kommt kein Ring rein, auf jeden Fall, also dann habe ich noch den, den schwarz, die habe ich auch ein paar Mal angezogen, in schwarz, ja, und und dann habe ich noch, da habe ich noch, da habe ich noch richtig geilen Jordans geguckt, ich weiß nicht wie die heißen, aber, die sind richtig geil, da muss noch ein Teig hier zu, und dann habe ich noch, da habe ich noch einen Schuh geholt, der Jordan Fly, da habe ich ihn mir, mit diesem geholt, also, so, ist einfach nice, also, die kleben voll, und dann zeige ich euch noch mal diese, ist kein großer Unterkipp, das auf den Stoff, und ja, schreibt in die Kommentare, vielleicht werde ich den auch verschenken, schreibt in die Kommentare, wer diesen Schuh haben will, kann ich auch verschicken, also, ich habe keine Lust mehr auf den, den mag ich mehr, und den ziehe ich auch nicht mehr so ganz oft an, den schwarz, weiß nicht, also, schreibt in die Kommentare, like das Video, und, abonniere nicht vergessen, schreibt direkt in die Kommentare, wer diesen Schuh haben will, den werde ich dann auch verschicken, dem kommt ihr dann halt eben geschenkt, und, schreibt in die Kommentare,